Musik Wir sind hier bei Fröhlich & Walter auf der ET Impulse mit unserem Showtruck zu Besuch. Wir präsentieren heute hier unsere neuen IP-Produkte, Switching & Routing-Produkte der Firma Huawei für den Industriebereich, für den Mittelstand. Und Fröhlich & Walter ist einer unserer neuen Partner für das Vertriebsgebiet in ganz Deutschland für unsere IP-Produkte, aber auch für Storage & Server. Gut, was Sie hier sehen, ist unser neuer Hard-Disk-Schredder. Die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach. Sie nehmen eine Festplatte, legen die in diesen Einführschacht hinein. Einfach hier hochfahren und das Gerät zernichte die Christzeit hin. Das Ergebnis sieht dann so aus. Wir sind sehr zufrieden. Die ET Impulse entwickelt sich jedes Jahr ständig weiter. Wir hatten dieses Jahr 70 Hersteller hier auf der Messe, über 1000 Besucheranmeldungen. Die Messe an sich läuft sehr gut. Wir haben im Prinzip heute Vormittag schon den ganzen Bus voll gehabt mit Besuchern. Und wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, die IT Impulse zu besuchen. Hat bei uns hier fast schon Tradition jedes Jahr mit dabei zu sein. Es handelt sich hier um eine Wärmebildkamera, wo das Bild in sogenannten Falschfarben zur Verfügung gestellt wird. Und wie man schön sieht, meine Nase ist kalt. Die Wangen sind auch ein bisschen kalt und ansonsten, wenn ich das zu erkennen öffne. Wir haben hier ein breites Spektrum an Kunden und Fachhändlern. TK-Bereich, Netzwerktechnik, Installateure. Das ist auch genau das Klientel, das wir suchen. Das sind Händler, die an der Basis sitzen, die Zugang zu den Serverräumen und Rechenzentren haben und auch erkennen, wo hier noch Verbesserungsbedarf besteht. Von daher sind wir sehr zufrieden. Ja, weil fröhlich und weiter einfach so aufgestellt ist, dass sie viele Kunden direkt erreichen, wo wir beispielsweise gar nicht erreichen können, da wir einfach unsere Vertriebswege einfach ganz anders sind. Daher hat einfach fröhlich und weiter eine ganz starke Beschlagskraft auf dem Markt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017